Wie soll ich das machen? Hat einer eine Idee? Ich hab keine Ahnung. Das hat mich jetzt mein Spiel, glaub ich, gekostet, weil das werde ich nicht, äh... krieg ich nicht, ähm, finanziert. Der war... das war halt, äh, ein großer Panzer war da drin. Oh... Und der hat immer noch zwei volle Silos, ey, und ich hab gar nichts. Keine Kohlen, nix. An den stationären Verteidigungsturm fahren. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier... ...unfällig schnell... ...kaputt kriecht, genau, so. Ready, 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 waiting. Hier unten ist keine Army mehr, das ist doch schon mal was wert. Papieren wir, reparieren wir den nochmal ganz schnell ein bisschen. Ready, ready, waiting. Wenn er da drauf steht, kann er natürlich nicht einladen, das ist auch klar. Das ist eine Werkstatt. Building. Kriegen wir den noch fertig? Nicht, nein. So, gleiches Spiel wie gerade auch. Wir Capture haben wieder seine Gebäude. Verstecken sich hier überall noch Soldaten. Hier. Die muss ich ja hinterher auch noch alle erledigen. Aber wenigstens hier oben wieder Tiberium. Aber der Wagenrad zu verlieren, drei Wagen habe ich, zwei Wagen habe ich schon verloren. Das war ganz, ganz, ganz beschissen. Wirklich beschissen. Er kann nicht ausladen, das ist das Unlogische. Dervieke. So. grad wieder total das ist wieder das spiel was sollte mal speichern ich dass die dos box beziehungsweise hier der ds windows 95 worauf ich das jetzt spieler irgendwie meint abzustürzen gut jetzt mache ich ihn quasi kaputt weil er hat jetzt keine kohle mehr zwingen jetzt hier gegen alles was waren jetzt ich wieder irgendwas nicht mitgekriegt jetzt ist er komplett konsterniert er weiß jetzt gar nicht mehr was er machen soll er repariert doch irgendwie nur was reicht schon wenn ich die so weit runter schieße wie ich jetzt dass der blitz blitz rarät hier hoffentlich keinen strom irgendwann mehr hat aber gut die jungs doch noch an das ist halt so erwärmlich mit einem panzer gegen ein soldaten weg hier zu langsam auch nicht leisten hier dieses ding was macht er er sammelt hier schön gut kollegische panzer schütze gegen panzer reagieren sie aber er ist so blöd er fährt doch immer dran vorbei ja ich klicke doch schon original drauf hierhin fahren doppelklick trippelklick achtfach klick er ist einfach zu dumm lass ihn im tiberium sterben er ist selbst schuld so jung du stellst dich dann hierhin ich hoffe dass sie da durchlaufen diese flammenwerfer kriegt doch schon wieder nicht tot er ist auch zu blöd jedes mal fährt er hierher ihr seht ihr das diese k.i. dieses spiels macht mir echt keinen spaß langsam mehr ist echt rückständig also es ist wirklich rückständig haben wir bauen um diese jungs da auszumikronen das wir vielleicht noch mal hallo 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 Unit ready. Construction complete. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Unit last. Moving out. Oh, was? Der von dem Elektrolyten da wieder, hier. Meteoriten. Wie heißt der Obelisken? So, Tobias, musst du hier wieder ein bisschen zweisam gleichzeitig machen? Ich weiß, das kannst du nicht so gut. Er hat echt eine gute Reichweite. Das sollte ich jetzt mal echt mal ausprobieren. Unit lost. Unit lost. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Aber er fährt doch immer hin, ey. Das verstehe ich halt nicht. Moving out. Yes, sir. Moving out. Acknowledge. Acknowledge. Moving out. Moving out. Moving out. Awaiting order. Building. Unit ready. Yes, sir. You got it. Yes, sir. Unit report. Acknowledge. Building. Yes, sir. Unit ready. Yes, sir. Acknowledge. Roger. Yes, sir. Weiß nicht, ob ich das gegen die auch kann. Moving out. Acknowledge. Acknowledge. Boah, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Acknowledge. Yes, sir. Das war auch gut. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Moving out. Moving out. Moving out. Acknowledge. Moving out. Yes, sir. Moving out. People report. Yes, sir. Yes, sir. You got it. Yes, sir. Wait for it. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Silos needed. Affirmative. Building. Building. You moving out. Acknowledge. Yes, sir. Man kann ihn zumindest dodgen, das ist ja schon mal ein bisschen schlauer. Das ist wieder super geklappt, habe ich schon mir ja nicht aufgepasst. Also das Spiel kann sich nur noch um Stunden handeln, liebe Freunde. Deswegen wollen wir mal wieder einen Cut machen, ja? Mann ey, was ne Scheiße, immer. Jetzt habe ich mich verklickt, das habt ihr gesehen, ja? Ich habe schon richtig draufgeklickt, sondern daneben. Deswegen mussten sie sterben. Es gibt halt keinen Sinn, ja? Der, der mit dem Raketen-Dingens hat so eine hohe Reichweite. Wo ist denn mein... Da ist er, ok. Selbst zu zweit kriege ich den Bazooka-Mann nicht kaputt, ja? Das Ding ist wieder zu dumm. Das Ding ist wieder zu dumm. Jens nach Hutgen calidad. Yes, sr. Acknowledged. 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 Moving up. Moving up. Moving up. Last. Net. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's echt nicht. Ich hab jetzt achtmal darauf geklickt und jedes Mal ist er mir umgewischt, weil das war jetzt nur ein Panzer, ja? Das ist doch nicht so schlimm, wenn das nur ein Panzer ist. Der ist hier wieder zu blöd, den anzugreifen, weil der ist ja weit weg, da muss man ja erst mal aufstehen. Du kannst mal Folgendes machen, Kollege. Du kannst dich mal... Ach, nicht da, ja. Ich weiß nicht, manchmal ist das Ding... Das Spiel gibt halt keinen Sinn, ja? Seht ihr das? Die KI ist so dumm. Das ist einfach... Irgendwann macht's auch keinen Spaß mehr. Du musst halt achtmal überlegen. Das ist so wie bei StarCraft 1, wenn ich das mal so sagen darf, dass die Jungs nicht selbst von sich aus an einen Mineral-Patch fahren, ja? Wenn man den da drauf rallied, sondern man muss den dann anklicken und auf den Patch klicken. Ja gut. Das ist super, super... Game... Wie nennt man das? Game Design. Rückzug, der ist stärker als du, weil du bist nämlich nur ein Panzer, du bist voll scheiße gegen alles. Außer gegen Gebäude. Da machst du Sinn. Diese Türmchen muss ich mehr bauen, ich glaube, das ist auch ganz gut. Und die Humvees haben eine hohe Reichweite, das sollte man vielleicht auch ausnutzen. Ganz praktisch solche Türmchen, ne? So, der macht jetzt vielleicht... Schafft er das? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht. Ach, schafft er. Gut. Also, ein Geldpaket habe ich noch nicht gefunden auf der Map. Ich würde es so sehnsüchtig jetzt brauchen. Na klar, er ist hier wieder... Alter, guck mal, wie viel Schaden der macht, der Flammenmann. Wenn er verloren ist, habe ich verloren. GG. So, damit können wir quasi neu starten. Ihr seht das, weil ich habe jetzt nichts mehr, was ich zu... nutzen kann, um das Spiel noch zu gewinnen, weil ich habe keine Truppen. Und ich habe auch keine Harvest da. Und er hat ja auch nicht mehr, aber er hat noch so viel Kohlen auf der Bank. Also können wir jetzt nur sagen, wir verkaufen einfach mal ein bisschen was. Quatsch nicht. Building. Unit ready. Building. Building. Unit ready. Es wird auf jeden Fall jetzt, ein Abenteuer. Mit einem Panzer. Ist er tot? Ja, ne? Der Harvester hier unten. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Building. Building. Reporting. Moving out. On hold. Canceled. Construction complete. Unit reporting. Moving out. Building. So, ich gehe jetzt all in, ja? Seht ihr ja? All in. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Building. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Unit ready. Building. Rocket here. Rocketmans hier, weil Rocketmans können, ähm... Unit ready. Building. Der Dingens machen. Unit ready. Relativ viel Schaden. Building. Unit ready. Ready and waiting. You got it. So, von hier unten rein. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Unit reporting. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Right orders. You got it. Vehicle reporting. Affirmative. Waiting orders. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Okay, es klappt. Immerhin, das klappt schon. Ready and waiting. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Eine Webcam ist stehen geblieben, Leute. Das war der... Der Haken. Ready and waiting. Die Webcam. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Units lost. Yes, sir. Units lost. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Warning. Unit lost. Reporting. Affirmative. Ready and waiting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Ready and waiting. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Moving out. Roger. Affirmative. Yes, sir. Roger. Affirmative. Not a problem. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Moving out. Warum klappt bei ihm das immer so, ey? Bei mir nicht. Halt, Jungs. Ihr müsst erst das Kraftwerk ausschalten. Nicht, dass hier das olle Ding wieder anspringt. Yes, sir. Waiting in order. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ready and waiting. Man, 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 man. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, 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 ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stopped transmitting just as he was about to reveal the location of Kane's research center He's experimenting with Tiberium Uh-oh Injecting the stuff into human guinea pigs Delphi also has routes and times of the top secret convoy Kane's taken to Bosnia Once you've landed on this beach and fought your way through Nod's security Find Delphi and, Kane hasn't killed him Get his information Over and out Reinforcements have arrived Battle control terminated 190 1 2 1 2 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020